Freunde, es tut mir unendlich leid, weil eigentlich was anderes geplant war, aber ich fahre mit der Tür ins Haus. Ich glaube, ich habe meine Foundation für unsere Hochzeit gefunden. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute, anders als geplant, es ist 5.20 Uhr. Ich sehe so aus, aber es ist schon lange, 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 lange her, dass ich nicht schlafen konnte, weil ich mich gefreut habe auf ein Video. Folgendes hat sich zugetragen. Ihr wisst es, ich kriege regelmäßig von Purish random Produkte zugeschickt, nach dem Motto, schau was dir gefällt und wenn dir was gefällt, kannst du es zeigen. So auch dieses Mal. Nichts Neues. Ich habe durchgeschaut, ich probiere die Sachen vorher meistens immer alle aus, manchmal mache ich auch so ein First Impression, aber hier habe ich vorher probiert. Denn, sobald etwas drin ist, was ein bisschen mehr Informationen benötigt als ein D-Chatten, muss ich das natürlich vorher testen, bevor ich euch das zeige. Und so auch heute, beziehungsweise so auch gestern. Gestern, beziehungsweise vorgestern kam das Paket und ich habe vorgestern ausgepackt und das hier entdeckt. Das Dew Shield. Das ist eine Foundation von Mesauda oder Mesauda Milano. Kennt ihr vielleicht die Marke? So. Und ich habe es probiert und ich war sprachlos. Das habe ich noch nie erlebt. Ihr werdet es auch gleich sehen, warum. Ich hoffe, es kommt in der Kamera so rüber. Deswegen war ich so aufgeregt, weil ich die Hoffnung hatte, dass ich es euch in der Kamera so zeigen kann, wie es im echten Leben ist. Kommen wir gleich zu. Heute mit vielen, vielen Produkten von Mesauda. Mesauda Milano ist eine italienische Marke. Recht günstig für die Qualität, die sie haben. Wir werden heute ein Fullface oder fast ein Fullface Mesauda schminken. Ich habe ein paar Produkte hier und ich hoffe, ihr habt darauf Lust. Dadurch, dass ich das Paket erst mal bekommen habe und noch nicht mit Purish über das Paket gesprochen habe, weiß ich noch nicht, ob ich einen Rabattcode habe. Es ist auf jeden Fall kein Affiliate-Code oder kein Affiliate-Link. Meistens sind es 15 bis 20 Prozent. Falls ich was bekommen habe, steht es einmal hier. Wir werden heute was für die Augen haben. Richtig, richtig spannende Sachen. Und ihr kennt so ein bisschen meine Theorie, dass vor allen Dingen die Marken wie Mesauda, Nabla, Kiko, alle italienische Marken sind, in Italien alle auch produzieren, in denselben Produktionen produzieren wie viele andere Marken. Vor allen Dingen die sehr, 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 sehr teuren, sei es Hourglass, sei es Natascha Denona, sei es Charlotte Tilbury teilweise und na, also gefühlt jede High-End-Brand, die ihr kennt, produziert viele Produkte in Italien, weil Italien einfach ganz, ganz andere Möglichkeiten hat als China beispielsweise. China ist nicht schlechter, aber es ist einfach nochmal was anderes. Und meine Theorie, auch schon bei Kiko, war, dass viele Produktionen, nachdem diese Verträge mit den Brands abgelaufen sind, die Produkte ein bisschen abändern und für ihre Eigenmarken ausbringen. Und so glaube ich auch, dass Mesauda das gemacht hat. Denn ich habe hier schon das ein oder andere Alternativ-Schätzchen gefunden, was vielleicht für euch ganz spannend sein könnte. Wir werden heute mit Augen anfangen, weil ich heute einen recht auf dramatischen Look schminken möchte. Ich habe vier Paletten bekommen, die ich euch einmal kurz zeigen will. Bevor es losgeht, ich hoffe, es geht euch natürlich gut, ihr Süßmeister. Aber ich glaube, ihr merkt, ich bin richtig, richtig aufgeregt und ich möchte jetzt sofort schon zur Foundation kommen, aber damit das nicht nachher versaut ist. Ja? Sorry. Wir haben hier einmal die Hidden Green Palette. Hier sind sechs Farben mit drin. Sieht auch optisch so ein bisschen aus wie die Nabler-Paletten. Aber wenn ihr gleich alle Farben seht, dann seht ihr auch vielleicht schon die ein oder andere Überschneidung zu einer Natasha Dinona Palette. Wir haben die Hidden Green Palette mit drei Matten und drei Schimmertönen. Vor allen Dingen hier Moss sieht richtig, richtig spannend aus. Wir haben eine recht neutrale Palette, die für viele von euch mit Sicherheit spannend sein könnte, weil sie nicht so langweilig neutral ist. Das ist die Timeless Nude Palette mit drei Matten, drei schimmernden Tönen und vor allen Dingen auch hier wieder Lofty. Das ist so ein gepflegter, etwas grobkörniger Schimmerton. Sehr, sehr schlicht. Super natürlich für den Alltag. Und jetzt haben wir zwei, die mich sehr, 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 sehr stark hier an diese Palette erinnern. Das ist ja die aktuell meine liebste Palette, weil sie einfach von der Farbwelt auch sehr erwachsen ist. So ein bisschen schlichter, ein bisschen reduzierter. Das ist ja auch der Weg, den ich jetzt dieses, nächstes Jahr geben will. Einfach ein bisschen gediegener. Ich bin keine 14. Ich möchte jetzt auch nicht mehr aussehen wie 14. Es soll alles ein bisschen erwachsener sein. Und ich merke auch, dass meine Haut sich so ein bisschen verändert. Ich möchte nicht mehr aussehen wie 14. Wir haben zwei Paletten, sehr, sehr kühl. Eine ist, da ist leider ein Ton kaputt gegangen. Das ist die Tender Mauve Palette mit schönen, mauvigen, kühlen Farben und in Kombination dazu die Deep Smoky Palette. Diese beiden Paletten, da hast du mich, ne? Ja, ich liebe im Moment diese kühlen, so ein bisschen düsteren Töne. Und damit möchte ich jetzt auch direkt was schminken. Wir haben dazu aber noch Liquid Eyeshadows. Und da gucke ich mal, ob wir den vielleicht irgendwie noch mit implementiert kriegen. Ich hole euch gleich ein Stückchen heran. Wir springen direkt rein. Normalerweise mache ich das nicht so gerne. Erst die Lidschatten und dann die Base. Ich finde, es sieht immer schöner aus, wenn die Base schon da ist. Heute geht es nicht anders. Dafür nehme ich mir ein bisschen Concealer. Das ist jetzt hier der von Anastasia. Und damit schneide ich mir erstmal die Augenbrauen unten aus. Es wird heute sehr glamourös. So ein bisschen Mad Gala. Und blende mir das hier erstmal hin. Ihr könnt natürlich auch einen Lidschatten Primer benutzen. Mache ich sehr, 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 sehr selten. Ich habe ja meistens immer nur Foundation oder Concealer schon auf dem Auge. Und dann brauche ich da jetzt nicht groß hier noch Lidschatten Primer. Ich bin eh der Überzeugung, dass das nicht so einen großen Unterschied macht. So, okay. Es geht einfach eher darum, dass wir eine ebene Grundlage haben. Ich habe ja so ein paar Verfärbungen ums Auge herum. Und das ist damit zumindest kaschiert. Das sieht immer ein bisschen schwierig aus am Anfang. Aber das ist erstmal egal. Ich fixiere das Ganze auch gleich. Aber jetzt nicht groß mit viel Puder, sondern eigentlich nur mit dem Rest, den ich noch am Pinsel habe. Dass es nicht mehr so feucht ist. Ich starte, glaube ich, mit dieser Palette hier. Und dem Ton Blossom. Weil der so ein bisschen in die gräuliche Richtung geht. Und dann perfekt hierzu passt. Ich möchte ein Smoky Eye haben. Aber nicht nur schwarz und grau, sondern so ein bisschen Flieger mit rein. Und dafür nehme ich einen sehr, 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 sehr fluffigen Pinsel. Nehme mir ein bisschen Farbe auf. Hat kaum Kickback. Und das tupfe ich mir jetzt erstmal hier oben hin. Einfach nur mal, um so ein bisschen Farbe hier schon zu haben. Okay, es ist sofort da. Nehme keine neue Farbe auf und fange an zu blenden. Extrem pigmentiert. Hier geht es jetzt nicht darum, dass es super, super ordentlich ist. Sondern wir haben jetzt diesen einen Pinsel, der unser Guideline-Pinsel ist, um hier oben alles so ein bisschen sauber zu machen. Wunder, wunderschöne Farbe. Extrem pigmentiert. Ich habe sie mir nicht so dunkel vorgestellt. Wenn ich jetzt meine Augenringe noch nicht abgedeckt hätte, sah es jetzt aus, als hätte ich einen auf die Nase bekommen. Das ging überraschend schnell. Erstmal nur so ein bisschen als Guideline. Denn wir gehen jetzt hier in diese Palette. Und zwar in die Farbe Incense. Mit demselben Pinsel. Sieht schon gut voll aus. Und die setze ich mir jetzt eigentlich als Transition Shade ein bisschen tiefer. Ich will nicht zu hoch damit blenden. Direkt mit rein. Wow. Dann nehme ich einen noch größeren Pinsel. Gehe wieder in die Farbe Blossom. Und blende einfach jetzt hin und her. Bei diesen Smoky Eyes und vor allem bei diesen kühlen Farben ist es immer wichtig, finde ich, dass man ein bisschen mehr Zeit hat. Also ich bin ja, ihr wisst es, ich bin ja die faulste Maus von hier bis überall. Wenn es ums Lidschatten ausblenden geht, habe ich ehrlich gesagt immer nicht so eine Lust zu. Aber bei diesen kühlen Farben musst du ein bisschen mehr Zeit mitbringen. Bei warmen Farben, warmen Farben verzeihen das immer so ein Stückchen mehr. Ich nehme jetzt hier einen ganz, ganz kleinen Pinsel und gehe in die Farbe Scoot. Das ist ein tiefes, mattes Schwarz und setze mir das komplett an meinen Wimpernkranz. Kennt ihr dieses, habe ich neulich so ein Video gesehen, das ist das schwärzte Schwarz, was es gibt. Das ist irgendwie so eine Wandfarbe oder so. Daran erinnert mich das jetzt. Blende erst mal aus. Ich blende das auch gleich hier hinten so ein bisschen aus. Okay, das ist definitiv das schwärzte Schwarz, was ich kenne. Das ist so schwarz, dass man bei dem Schwarz würde ich sogar fast eine trockene Base benutzen, damit es nicht zu dunkel wird. Ich gehe jetzt noch ein bisschen hier in die Farbe Black Current rein. Wechsle den Pinsel wieder zu diesem eher sauberen und gehe jetzt hier einfach nur noch über die Kante. Hier, es ist sehr, 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 sehr dunkel, aber I love it, ne? Oh, ich mag ja diese Moody Looks. Jetzt nehme ich mir ein Kosmetiktuch, ein feuchtes und mache es sauber. Boom. Scharfe Kontur, Smoky Eye. Für den Lidschatten, beziehungsweise als Schimmerton, könnten wir jetzt einen aus der Palette nehmen. Ich werde aber mal hier diese Liquid Eyeshadows probieren. Wir haben einmal die Farbe Eclipse 104, so ein Duochrome, blau-rot. Wir haben diesen hier, der erinnert mich ein bisschen an den von Giorgio Armani, Icarus, so blau-grün. Und die Farbe Atmosphäre. Das ist einfach so ein gelb-grün-goldener Schimmerton fürs Innercorner. Ich glaube, ich nehme die erste Farbe hier mit meinem Finger. Denn jetzt, also ihr müsst überlegen, vielleicht zeige ich euch das nochmal in einem anderen Video. Je nachdem, welche Farbe die Base hat, sieht der Ton, den ihr drüber gebt, anders aus. Und den tupfe ich mir jetzt einfach nur hier... Oh, krass. Ganz leicht drüber. Oh, wow. Ein bisschen blau noch rein vielleicht. Ich mische hier einfach mal alle drei Farben zusammen. Wahnsinn. Also die Schimmertöne, ich swatch jetzt hier mal noch schnell ein. Misty beispielsweise. Ja, das ist die Natascha-Denona-Formulierung. Jetzt kannst du mir nichts anderes erzählen. Das ist extrem pigmentiert, extrem cremig. Schon fast wieder diese öligen Texturen, ne? Also sehr, sehr gut. Ich muss sagen, Misauda oder Misauda habe ich vor... Ach, da habe ich noch in der alten, alten Wohnung gewohnt. Also in diesem kleinen Hotel-Apartment. Da kannte ich die Marke schon. Da war ich damals noch nicht so überzeugt. Da waren sie aber auch recht neu. Jetzt sind die ja schon ein paar Jahre auf dem Markt. Und haben sich da natürlich auch echt gemacht. Okay, Freunde. Wir kommen zum wichtigsten Teil. Dem schönsten Teil. Und zwar der Foundation. Und ich habe die getestet. Ich mache hier nochmal ein bisschen sauber. Und ich habe die getestet. Und ich war schockiert. Bisschen Color Corrector. Und zwar sind das diese hier. Die Dew Shield Foundations. Sind 40ml drin. Also 10ml mehr als in einer normalen Foundation. Ich habe sie in zwei Farben. 102 und 103. Ich mische die so ein bisschen. Die sind recht... Also die sind schon verzeihend. Also wenn du nicht die richtige Farbe triffst. Du kannst das anpassen. Aber ihr müsst jetzt ganz genau drauf achten. Ich hoffe, es kommt in der Kamera so rüber. Ich habe das vorgestern das erste Mal benutzt. Und ich habe nicht verstanden, wie das funktioniert. Kommt in so einer Quetschtube. Ich mische mir einfach beide zusammen. Und habe eine... Also es fühlt sich erst mal an, wie so eine klassische Foundation. So ein bisschen dickflüssiger. Ein bisschen fester. Aber sobald die auf der Haut ist. Hör auf zu quatschen, Maxim. Mach einfach. Sieht die ganz... Ganz krass aus. Das ist... Also das ist ein Glowy Finish. Aber nicht so ein fettes Glowy Finish. So ölig. Sondern eher ein... Wie kann man es am besten beschreiben? Ein... Du hast viel getrunken-Finish. Ich sehe schon, das kommt in der Kamera vielleicht nicht ganz so krass rüber, wie in echt. Ich hole euch gleich nah ran. Der hat einen Lichtschutzfaktor mit drin von 20, glaube ich. Und der Preis ist halt gigantisch. Die kostet, glaube ich, um die 25 Euro ohne Rabatt. Und du hast halt mehr drin, als in der regulären Foundation. Reguläre Foundations haben immer 30 Milliliter. Die hat 40. Das heißt, du hast sogar ein Drittel mehr. Und die sieht auf der Haut aus wie Wasser. Ich nehme jetzt einen Schwamm und blende mir das alles hier nochmal ein bisschen ordentlicher mit hin. Du kannst die Farben natürlich so ein bisschen anpassen. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Aber die legt sich auf die Haut. Und die zieht so ein Stückchen in die Haut ein. Und hinterlässt dann ein Finish. Das sieht aus wie Haut. Und ich verstehe nicht, wie das möglich ist. Weil ich... Ich habe schon viele Foundations in meinem Leben getestet. Sehr, 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 sehr viele. Aber ich habe noch keine... Wirklich noch keine Foundation gefunden, die so aussieht, als hätte ich nichts drauf. Und das ist ja immer so ein bisschen das Ziel. Viele wollen eine Foundation haben, die ein natürliches Finish hat. Du kannst sie natürlich auch ganz, ganz leicht aufbauen. Also ich nehme jetzt nichts Neues an Produkt auf dieser Seite. Sondern gehe jetzt einfach nur mit dem Rest im Schwamm rüber. Und habe zwar dasselbe Finish, aber nicht so deckend. Und eine Foundation, die so versatil einzusetzen ist. Das ist schon krass. Ich habe ja nicht meinen Primer benutzt. Das sieht aus wie meine Haut. Das ist eine Foundation, die für viele Mäuse, die eine trockene Haut haben vielleicht, einen Glowy Finish haben wollen. Weil sie a feuchtigkeitsspendend ist natürlich. Aber auch einfach ultra schön aussieht. Ich hoffe, es kommt in der Kamera so rüber. Ich sehe es halt in meinem Display ein bisschen anders als im Schnittprogramm. Deswegen muss ich jetzt einfach auf meine Kamera und meine Erfahrung hoffen. Und ich habe sie vorgestern ausprobiert. Und ich habe das noch nie erlebt, dass eine Foundation so natürlich aussah. Ich übertreibe es jetzt ein bisschen, damit ihr das alles seht. Aber im Alltag, vor allen Dingen im Tageslicht. Ich würde es euch gerne im Tageslicht jetzt zeigen, aber es gibt noch kein Tageslicht. Ist das etwas Unglaubliches. Und, und da kommen wir jetzt zum Kaufsargument für mich gewesen zumindest. Ich habe sie ohne Puder benutzt. Ich habe kein Puder benutzt. Sie fixiert sich nämlich von selbst, ohne dass sie matt wird. Und das habe ich noch nicht gesehen. Falls ihr wisst, für welche Foundation das ein Dupe sein könnte, schreibt es mir bitte unbedingt. Ich habe noch keins gefunden, weil ich noch keine Foundation gefunden habe, die... Ich finde, Mesauda ist nicht unbedingt High-End, ist aber auch nicht Drogerie. Ich würde sie so ein bisschen in die Preiskategorie, ein bisschen mehr als nix vielleicht. Ein bisschen mehr als nix. So 20 Euro für eine Foundation ist nicht viel. Für eine gute Foundation. Mit... Also die sieht ja aus wie eine High-End-Foundation. Erinnert mich vielleicht... Na doch, nee. An die La Mer Foundation. Die war nicht so glossy. Näher geht es leider nicht. Aber ihr seht meine Haut-Textur. Ihr könnt den Lidschatten ganz gut erkennen. Und das ist einfach plump. Das sieht aus, als hättest du viel, viel, viel Feuchtigkeitscreme benutzt. Ohne dass das... Also... Seht ihr das? Ja, das seht ihr. Ich bin sprachlos. Also erstmal, der Lidschatten-Look sieht natürlich phänomenal aus. Aber diese Foundation... Ich verstehe... Ich verstehe es nicht. Wir lassen die jetzt mal kurz ein Momentchen drauf. Ich mache mal ein bisschen Concealer. Da passt natürlich jetzt vom Look and Feel natürlich den Natasha Denona Concealer sehr, sehr gut dazu. Und das Ziel für meine Hochzeit oder für unsere Hochzeit ist es, so wenig Make-up wie möglich zu tragen. Aber trotzdem schön aussehen. Ich werde keinen Lidschatten tragen auf meiner Hochzeit. Ich werde kein... Kein Kajal oder nichts an den Augen. Aber ich möchte halt in 30 Jahren, wenn wir uns mit unseren Kindern die Hochzeitsbilder anschauen, möchte ich sehen und sagen, boah, hattest du eine tolle glowy Haut, so eine frische, plampe Haut, so natürlich. Ich möchte, dass man fast nicht sieht, dass ich Make-up drauf hatte. So denke ich gerade über unsere Hochzeit. Und dafür ist das bisher der Volltreffer. Den Concealer, der steht fest. Den Concealer, den haben wir. Das ist bisher. Bisher. Es kann natürlich immer noch was rauskommen. Wir haben ja auch noch ein bisschen Zeit, aber so viel Zeit ist es gar nicht mehr. Es kann immer noch was rauskommen, was ich unbedingt habe oder was das alles wieder verändert. Aber bisher ist es der Natasha Denona Concealer. Und seit dieser Foundation, diese Foundation. Ich habe sie gesehen. Ich habe sie geswatcht. Ich habe sie aufgetragen. Und ich wusste, das ist sie. Und das Schöne ist ja, ich kenne ja mein Gesicht mittlerweile. Und ich habe mittlerweile Hunderte, wenn nicht sogar mehr als 100 Foundations in meinem Make-up-Leben getestet. Und mittlerweile weiß ich, ist eine Foundation gut für meine Haut oder ist sie nicht gut für meine Haut. Diese ist das. Ich fixiere das Ganze einmal schnell so ein bisschen unter den Augen und habe noch was anderes, was ich ganz spannend fand. Weil ich das, das hatte mich so ein bisschen an, woran hat mich das erinnert? So ein bisschen an Nars oder ein bisschen an Hatice Schmidt Labs? Tatsache. Die Skinmates heißen die. Nee, oder? Wie heißen die? Skinmate? Skinmates. Doch, Skinmates. Das sind Blushes. Gibt es aber auch als Bronzer. Und das sieht in der Kamera, beziehungsweise in echt, im Aufblick, so ein bisschen perforiert. Eine ganz, ganz spannende Textur. Es sieht aus wie ein Puder. Es verhält sich aber wie so ein Creme-Puder. Du kannst es als Creme benutzen, dann schmilzt es. Oder du benutzt es mit einem Puderpinsel. So habe ich es die Tage gemacht. Und dann kannst du es wie so ein Puder benutzen. Hä? Ich habe hier diesen Bereich nicht gesettet. Und ich gehe jetzt mit einer Creme-Puder-Textur einfach rüber. Fertig. Das habe ich noch nicht erlebt. Und das ist... Und dann kommen halt so Marken wie Kiko, Mesa oder Nabla, die schon vorausgehen. Das ist so ein halb pudriges Finish. Ich muss es jetzt aber nicht mehr pudern. Und das ist... Das ist die Farbe... Ich schreibe euch das unten alles hin. 105 Good Times. Ich bin sprachlos. Ich bin schuck. Ich liege am Boden. Davon gibt es auch Blushes. Die habe ich auch schon getestet. Den habe ich noch nicht getestet. Der war mir ein bisschen zu... Ein bisschen zu doll. Äh... Aber ich habe den hier... Oh gut, der ist auch nicht viel besser. Äh... Das ist die Farbe Friends and Lovers. Ähnliche Textur. Oder eigentlich dieselbe Textur. Entweder als Puder oder als Creme. Und der Vorteil dadurch ist, dass du... Auch wenn du es mal vergessen hast... Ah, du wolltest einen Creme-Blush benutzen. Ist egal. Du kannst auch auf eine gepuderte Base damit rüber gehen. Das ist so ein... Strawberry-Blush. Der ist schon doll. Ne? Also, wenn du es ein bisschen gediegener haben möchtest, ist die Farbe jetzt vielleicht nichts. Sieht aus wie Hailey Weaver. Können wir bitte über diese Haut reden? Das sieht halt aus... Das sieht halt aus, als hätte ich nichts drauf. Es sieht halt aus, als wäre ich naturschön. So, so naturschöne Haut. Bisschen Sonnengeküsst. Die Base ist glowy. Und dann halt diesen schwarzen Lidschatten. Aber das ist... Ich hole euch wieder nach ran, dass ihr das seht. Diese Textur, das ist halt... Kommt das rüber? Ich hoffe es, ich hoffe es, ich hoffe es. Das sieht aus wie Haut. Sagt man halt oft. Aber es sieht halt wirklich aus wie Haut. Gab auch noch einen Highlighter. Den habe ich noch nicht probiert. Lust for Shine Diamond Fever. Das sind so kleine Ems drin. Sieht so ein bisschen aus wie der Amreasy-Highlighter. Der ist recht grob. Aber schön. Ja. Also, ja, Highlighter, ne? Da würde ich jetzt... Da würde ich jetzt gar nicht unbedingt sagen, das ist ein Ding, das braucht ihr unbedingt. Weil das Highlighter haben wir wahrscheinlich in Hülle und Fülle. Aber diese Kombination aus diesem Dew Shield und diesem Skinmate Bronzer 105 ist schon krass. Ich weiß nicht, was ihr dazu sagt. Ich bin... Oh Mann, das ist immer so ärgerlich. Weil das Video seht ihr halt auch erst in zwei oder drei Wochen, ne? Weil ich halt so weit vorplane. Aber das ist ein... Ist etwas ganz, 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 ganz Krasses hier. Bisschen Mascara. Und ich glaube, ihr habt gemerkt, wie überwältigt ich davon bin. Weil es einfach nochmal ein anderes Finish ist. Es ist... Also, du... Ne? Es ist nicht nass. Es ist wie gepudert. Die Foundation hat sich selbst fixiert. Sieht aber so aus, als wäre sie nicht fixiert. Und dann in dieser Blush-Bronzy-Kombination ist ein absoluter, absoluter Traum. Äh, danke Jenny von Purish, dass du die Produkte ausgesucht hast. Weil, ne, ich bin ehrlich, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Bei mir zumindest. Ich sehe so viel Make-up den ganzen Tag, dass ich kaum noch die geistige Fähigkeit habe, was Neues zu sehen. Und dann bin ich halt immer so ein bisschen darauf angewiesen, was Neues einfach random zu probieren. Was vielleicht auch gar nicht neu rausgekommen ist, ne? Das weiß ich nicht. Vielleicht sagt er, der Herr Maxim, das Ding gibt es seit zehn Jahren. Ich glaube, ihr merkt es, dass das wirklich, wirklich viel, viel Freude gebracht hat. Ich verlinke euch die Produkte unten. Ich hoffe, dass ich irgendeinen Rabattcode für euch irgendwie nochmal rauskriege. Aber ich wollte dieses Video jetzt abgedreht haben, weil ich einfach für mich die Bestätigung haben wollte, dass das meine Hochzeitsfoundation ist. Dass sie gut in der Kamera aussieht. Dass das gut auf Fotos aussieht. Dass das schön aussieht. Und ich mich vor allen Dingen wohl fühle. Ich gebe euch auch natürlich nochmal bei Insta ein Langzeit-Update. Also schaut da unbedingt vorbei. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart, ihr süßen Mäuse. Dankeschön. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal.